Was mir jetzt auffällt, ist, dass Sie relativ moderne Materialien mit Musikalen verbinden. Gehört es zu Ihrer Philosophie? Ja, das ist halt das Naturmaterial, das was wir sehr gern verwenden, weil in diesen modernen Häusern, die wir jetzt haben, wird eigentlich die Linie immer geradliniger und man hat relativ wenig Wärme drinnen. Und durch dieses Material, das was wir da verwenden, bringen wir einfach Gemütlichkeit in unsere Design-Elemente. Sind das alte Dachbalken oder wieso sieht das jetzt so aus? Das sind jetzt keine alten Dachbalken, wir arbeiten da mit einem neuen Material, das ist eine neue Fichte, die wir so präparieren, dass sie alt ausschaut, aber wir arbeiten genauso gut auch mit Echtalpenholz. Das hat sich nur dieses neue Holz jetzt sozusagen bewährt und wir können es lackieren und es ist für die Küche wesentlich brauchbarer als das Echtalte. Es kann jetzt wirklich ein Fachmann nicht mehr unterscheiden, ob es alt oder neu ist.